Muss ich wirklich mit einem Kreuz auf dem Wahlzettel alle paar Jahre zufrieden sein? Müssen Großprojekte erst Milliarden verschlingen, bevor Politiker merken, dass wir sie gar nicht wollen? Muss ich erst Dutzende von E-Mails schreiben und herumtelefonieren, bevor der Radweg vor meiner Haustür endlich repariert wird? Nein! Wir fordern Bürgerbeteiligungsportale für das Land und die Kommunen. Wir fordern die Beteiligung der Bürger an Großprojekten. Wir fordern ein einfaches Internetportal zum Melden von Mängeln im Stadtbild. Der digitale Kompass. Unsere 36 Vorschläge für eine digitale Gesellschaft. Digitale Themen treffen auf Mitbestimmung. Sag uns deine Meinung. Wir bringen deine Anregungen in den Landtag NRW.